Vielen Dank nochmal. Willkommen an alle zu einem sehr, sehr spannenden Thema zu uns. Vielen Dank Jens von Blacklane, dass du auch dann Zeit nehmen konntest und teilnehmen konntest. Und um dieses unglaublich wichtige Thema, was vor allem in der Zukunft noch viel, viel wichtiger dann sein wird, heute in dem Webinar ausführlich zu besprechen. Es gibt gleich nochmal eine ausführliche Vorstellungsrunde. Also, unser Thema ist vor allem die Zufriedenheit der Geschäftsreisenden. Das heißt, bei Geschäftsreisen gibt es ja letztendlich immer drei Kernthemen. Das heißt, meistens sind es immer dann vor allem die Prozesse, dann die Kosten, auch dann die Prozesskosten und vor allem dann die Reisekosten und dann letztendlich immer der Convenience-Part. Heute fokussieren wir uns sehr, sehr stark auf das Convenience-Segment, aber vordergründig auf den Aktiv-Reisenden letztendlich. Wir werden aber immer wieder sehen, dass vor allem quasi die anderen Segmente, sprich dann Kosten, Prozesse auch sehr, sehr stark mit diesem Segment auch dann zusammenhängen und was wir im Detail nochmal erörtern werden. Genau, das heißt, wir liegen los. Ich versuche hier direkt schon mal weiter zu klicken. Ganz kleine Beschreibung, wie das Ganze funktioniert im Endeffekt. Wie gesagt, es wird alles aufgenommen. Im Endeffekt werden Sie auch alle das Video nochmal bekommen. Es gibt nach der Agenda, nach den Segmenten, gibt es noch einen kleinen Q&A. Das heißt, Sie können im Chat im Endeffekt die Fragen stellen. Wir werden versuchen, zwei, drei, vier Fragen, je nachdem, wie zeitlich wir zurechtkommen werden, nochmal wählen. Und genau, aber wenn es dann wichtige Fragen gibt, wir werden auch nochmal unsere Kontaktdaten zum Schluss beigeben. Wenn jemand wichtige Fragen hat, kann er auch diese dann direkt per E-Mail an uns stellen. Super. Das sozusagen zu den Formalien. Das heißt, wir liegen los. Jens, ich lasse gerne einen Vortritt bei der Vorstellung. Klasse. Danke, Eugen. Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass sich so viele eingewählt haben und dass wir zusammen mit Travelperk dieses Webinar durchführen können zum Thema Traveller Satisfaction, wie man die Zufriedenheit von Reisenden verbessern kann. Es ist so, ich bin von Blacklane. Ich bin seit drei Jahren bei Blacklane, der Director of Global Sales. Das bedeutet, was wir bei Blacklane machen, ist, wir sind ein Chauffeur- und Airport-Concierge-Service, global aufgestellt. Wir haben sechs Büros weltweit und mein Verantwortungsbereich betrifft den gesamten Sales-Bereich mit Fokus auf Enterprise, KMU-Kunden, also Small-Medium-Enterprises, Reisebüros und auch das Thema Airlines, wo wir natürlicherweise in der Travel, in der Reisekette einen großen Anteil daran haben. Und ich freue mich sehr auf das Webinar jetzt. Super, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Mein Name ist Eugen Trieborn. Ich bin der Geschäftsführer Deutschland von Travelperk. Travelperk ist eine Reisemanagement-Plattform. Das heißt, was wir machen, wir sind ein Team C, ein OBT in einem. Das heißt, wir machen den Service. Wir haben die Technologie, das ganze Reporting und im Endeffekt auch die Finanzierung, alles in einem Modell. Ich werde dann später ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und genau, unser Headquarter ist in Barcelona. Wir haben auch dann mehrere Büros international, haben sehr, sehr viele, vor allem globale Kunden, deswegen auch dann die verschiedenen lokalen Büros. Und genau, ich bin beispielsweise in Berlin auch dann ansässig. Super, dann legen wir los. Genau, im ersten Teil werde ich ganz kurz einfach vor allem ein paar Datenpunkte zeigen, vor allem von den neuesten Studien, die sich mit dem Thema sehr, sehr stark auseinandersetzen. Wie gesagt, das ist ein sehr wichtiges Thema und es wird vor allem in der Zukunft noch viel, viel wichtiger, weil einer der größten Probleme, die wir jetzt eigentlich dann überhaupt haben, ist es vor allem dann, die richtigen Talente zu finden und vor allem noch diese zu halten. Und das ist auch genau einer der Punkten, wie wir hier mit unseren Mitteln auch dann helfen können. Im zweiten Teil werden wir darauf eingehen. Einerseits werden wir als Travelperk zeigen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und derselbe wird ebenfalls dann Jens mit Blacklink tun. Super, dann legen wir los. So, wenn man sich so ein bisschen die Datenpunkte anschaut, dann fällt folgendes extrem auf. Das aktuell, also wenn man die beispielsweise Everything-Helf-Studie nimmt, dass aktuell 30 Prozent der Arbeitenden die Arbeit als stressig empfinden. Interessanterweise sozusagen bei den aufkommenden Mitarbeitern, vor allem bei den Millennials und den Generation Z, ist der Wert sogar noch höher, und zwar durchschnittlich aktuell bei 45 Prozent. Und dann, und das ist nämlich der unglaublich signifikante Wert, ist, dass vor allem der größte Teil vor allem auch dem Reisen geschuldet ist. Also, wenn man dann den letzten GDPR-Report dann nimmt, dann sind es tatsächlich 87 Prozent, die sehr, sehr unzufrieden, beziehungsweise das Geschäftsreisen als sehr, sehr stressig empfinden, was ein sehr, sehr signifikanter Wert ist. Ebenfalls, wenn man GPTA und den Akte-Report schaut, ist vor allem, wenn man auf die Seite des Reisemanagement guckt, und das ist auch ein sehr, sehr signifikanter Wert ist, selbst wenn Unternehmen sich Reisemanagement-Tools einkaufen, so werden im Schnitt 50 Prozent der Mitarbeiter benutzen diese Tools im Endeffekt auch gar nicht. Und da sieht man vielleicht auch schon ein bisschen Teil der vorherigen Antwort, warum das dann tatsächlich so ist, warum die Unzufriedenien da ist. Auf der einen Seite, ich muss ganz kurz hier umklicken, auf der einen Seite ist es der Grund mit 39 Prozent, dass die Mitarbeiter nicht flexibel sind und dass sie vor allem dann nicht die Preise und nicht das Inventar finden. Auf der zweiten Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, dass vor allem die Oberfläche, das Tool, die ganze UI als sehr, sehr komplex empfunden wird und da dementsprechend auch gesondert Zeit investiert werden muss, um diese zu verstehen. Und das ist im Endeffekt auch sehr, sehr wichtig, dass der persönliche Kontakt, das heißt die persönliche Hilfe eines Experten, wird auch nicht in der Form gefunden, wie gewünscht. Und vor allem gerade bei den jung aufkommenden Generationen, davon werden wir jetzt heute ein bisschen mehr auch immer wieder darauf eingehen, da ist es immer wichtig, dass das dann immer alles schneller ist in unserem mobilen Zeitalter und das ist vor allem mit den Reisemanagement-Lösungen nicht immer der Fall. Vor allem, wenn der Wert auch dann so signifikant ist. So, wenn wir weitergehen würden. Ich muss ganz kurz hier das Fenster verändern. Und das ist ebenfalls ein interessanter Wert. Das heißt, aktuell gibt es laut GDPR nur 21% der Unternehmen, die wirklich proaktiv um die Zufriedenheit, also proaktiv um die Zufriedenheit der Reisenden kümmern. Und auf der anderen Seite, und das ist der positive Wert ist, 72% der Reisemanagement, die letztendlich aktiv sich darum kümmern, dass die Zufriedenheit steigert, sehen letztendlich auch dann positive Ergebnisse oder eine Besserung letztendlich der Ergebnisse. Das heißt, man kann etwas machen, wenn man wirklich aktiv hier investiert. Im Folgenden würde ich kurz aufzeigen, vor allem mit drei Punkten, wie wir das von Travel Perk lösen, wie wir dieses Thema angehen. Erstens, was wir in der vorigen Studie vor allem im GDPR Report gesehen haben, ist vor allem bei den jüngeren Generationen umso mehr, weil vor allem die jüngeren, vor allem die Millennials, die Generation Y, Z, wie sie heute auch immer heißen, die kommen ja letztendlich schon ganz, also mit den herkömmlichen quasi B2C-Tools, Plattformen aus, ob sie dann irgendwelche Meta-Plattformen, ob sie dann verschiedene OTAs buchen oder beispielsweise dann ebenfalls auf Inventar von Airbnb dazugreifen. Das heißt, die haben eine gewisse Erwartungshaltung und wissen auch ganz genau, wie sie im Endeffekt auch schon eine Reise buchen können. Auf der anderen Seite sind sie auch dann gewohnt, eine sehr, sehr einfache, simple Oberfläche dafür zu benutzen, ohne, dass jemand sich da neben ihnen hinsetzt oder dass sie irgendwie im Training teilnehmen letztendlich. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, worauf wir uns fokussieren als Travelberg. Das heißt einerseits, was wir machen ist, dass wir alle Plattformen, alle relevanten Direktanbieter und alle verschiedenen Distributionssysteme bei uns anbieten. Zu keinem Zeitpunkt wird der Kunde rausgelenkt, sondern alles wird in einem, der Kunde bleibt letztendlich jederzeit nur direkt bei uns auf der Plattform. Das heißt, machen wir auch mal ein Beispiel, das heißt, wenn man bei uns einen Flug suchen würde, was wir dann machen ist, das heißt, wir gehen in die verschiedenen GDS-Systeme, in den üblichen, Amadeus, Travelport und Co. Wir gehen gleichzeitig ebenfalls in die Direktverbindungen, in die NDCs und ebenfalls bedienen wir uns der Schnittstellen der verschiedenen Meta-Searcher, um wirklich sicher zu gehen, dass wir den besten Preis und Verfügbarkeit haben. Aber hier ist das Wichtige, dass wir vor allem die Zeit des Reisenden sparen. Das heißt, dass die nicht das Gefühl haben oder das Bedürfnis haben, dass sie nochmal auf verschiedenen Plattformen den Preis prüfen müssen oder gucken, ob dann eventuell dann ein Timeslot, das erspricht, die Verfügbarkeit irgendwo anders irgendwie zur Verfügung stehen würde, was nicht bei uns gefunden werden kann. Ähnlich im Endeffekt genauso im Hotelsegment oder bei den anderen Kernsegmenten genauso. Das heißt, hier ist die absolute Transparenz wichtig und vor allem, und damit man mehr zur Zufriedenheit beiträgt, ist, dass vor allem die Zeit des Reisenden hier eingespart wird. Natürlich, das muss man fast gar nicht erwähnen, ist im Endeffekt, man kann auch alle verschiedenen Corporate Trades bei uns mit einspeisen, die verschiedenen Reiserichtlinien, etc., etc., auf die wir nachher noch ein bisschen mehr eingehen werden und die ganzen Abrechnungsmethoden ist ebenfalls dann zentral bei uns. Aber sozusagen alles über eine Plattform, um vordergründig hier die Zeit zu sparen. Und ebenfalls, das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, ist, dass es sozusagen auf dem Desktop möglich ist, als auch dann mobile. Also auf jeden Fall sehr intuitiv. Auf der anderen Seite, ebenfalls, wenn man das Reporting anschaut, ist, die Oberfläche bei uns ist sehr, sehr schlicht und einfach gehalten. Die Zielsetzung ist immer, das heißt, wenn jemand den Zugang bekommt, dass er von der ersten Sekunde an das Produkt bedienen kann. Es sind keine Trainings nötig, es ist sehr, sehr intuitiv, sehr einfach und somit kann man im Netzwerk vor allem die Online-Adaptionsrate sehr, sehr hoch steigen. Aktuell, die durchschnittliche Online-Adaptionsrate liegt bei uns bei 97%, aufgrund vor allem des sehr, sehr einfaches Nutzen-Produktes. Der zweite Punkt sind vor allem die Reiserichtlinien, die hier zum sehr, sehr großen Frust Level des Reisen beitragen. Im Grunde könnte man eigentlich ein Sonderwebinar über Reiserichtlinien machen, vielleicht machen wir das sogar nochmal, weil das ein unglaublich komplexes und wichtiges Thema ist. Aktuell ist es im Endeffekt so, wenn man der Focusrite dann Glauben schenkt, dass 64% aller Millennials vor allem verstehen nicht wirklich die Reiserichtlinie, was auch wiederum zu einer Blockade oder quasi zu einer Unzufriedenheit auch dann führt, Geschäftsreisen zu buchen. Hier ist es wichtig, dass man hier ebenfalls eine sehr, sehr klare Kommunikationsstrategie hat zu den Mitarbeitern und vor allem, dass es auf der Plattform auch transparent darstellt. So, Sekunde. Genau. Wir finden Travelperk. Wir investieren sehr, sehr viel Zeit und vor allem mit unseren Accountmanagern genau die richtigen Reiserichtlinien zu finden und vor allem den Unternehmen zu helfen, vor allem die Reiserichtlinien eher als ein beratendes Tool zu nehmen. Das heißt, man muss natürlich immer sicher gehen, dass die Budgets eingehalten werden, aber das Wichtige ist, dass man verschiedene Beschädigungsprozesse immer sehr, sehr schlank hält, um vor allem die Prozesskosten deutlich zu reduzieren. Bei jeder weiteren Bestätigung müssen weitere Personen involviert werden und somit werden die gesamten Reiserichtlinien beziehungsweise die Prozesskosten wieder sehr stark nach oben gehen. Hier helfen wir vor allem dann einerseits dann dynamisch mit unseren Daten um die richtigen Reiserichtlinien für die jeweiligen Destinationen oder Routen aufzusetzen und ebenfalls wir versuchen aufgrund unserer gesamten Daten des Unternehmens und unserer Kunden unter den jeweiligen Unternehmensdaten zu lernen, wie man die verschiedenen Reiserichtlinien besser optimieren kann. Dies machen wir meistens in Quartalsberichten. Der Accountmanager ist dafür verantwortlich, um sicher zu gehen, dass vor allem weniger und weniger Beschädigungsprozesse auch dann nötig sind. Natürlich gibt es dann verschiedene Art und Weise der Beschädigungsprozesse. Das heißt, es gibt die sogenannten Soft- und Hard-Approvals. Das heißt, bei den Hard-Approvals muss quasi jederzeit eine Beschädigung von einem Manager oder einem Federal-Office-Manager erfolgen oder dann quasi ein Soft-Approval. Das heißt, ab einem gewissen Grenzen kann man definieren, dass dort ein Hard-Approval erfolgt oder der jeweilige wird letztendlich dann nur geleitet, gesagt, das ist eigentlich unser Budget, aber du kannst dann trotzdem selber entscheiden, ob du es dann tun solltest oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall einer der sehr, sehr wichtigen Faktoren, um vor allem den Prozess sehr schlank zu halten, somit, dass quasi der Reisende dann nicht blockiert wird, auch nicht warten muss und vor allem auch die Reisekosten wieder nicht nach oben treibt. Je nachdem, wie lange er wartet, natürlich auch dann die Reisekosten nach oben, die Reservierung der Preise, ich meine, das ist ein Modell, das jetzt langsam mehr und mehr dann rausgeht, weil vor allem der Trend dann bei vielen Tarifen nicht wirklich dann eingehalten wird oder beispielsweise die LCCs machen da meistens sowieso gar nicht mit. Von dem her ist es wichtig, dass die Prozesse sehr schlank sind und vor allem auch dann die Prozesse immer sehr, sehr transparent zu den Mitarbeitern kommuniziert werden und sie es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen können, warum, manche Reiserichtlinien wo auch dann gelten. So und schon sind wir beim dritten Punkt. Ist vor allem, dass man sich um seine Talente kümmert. Mitarbeiter werden nicht angestellt, damit sie am besten Reisen buchen, sondern sie werden eingestellt letztendlich für die Hauptarbeit und letztendlich ist das Reisen nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Das heißt, man muss hier sehr, sehr stark darauf eingehen, dass man jeden Aufwand, der letztendlich oder jede Probleme, die während des Reisens entstehen, letztendlich zu dem Reisemanagement-Tool ausgesaust werden und letztendlich der Reisende sich um möglichst nichts kümmern muss. hier gibt es mehrere Faktoren, durch die ich dann durchgehen werde. Einerseits ist das vor allem die Bezahlung beziehungsweise der Bezahlungsprozess. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten, da die Grafik dann doch ein bisschen sehr ausführlich ist hier. Aber das ist nun mal einer der Kernpunkte, weil hier vor allem bei dem Bezahlungsprozess die Prozesskosten sehr, sehr hoch sind, sowohl bei der Finanzabteilung als auch dann vor allem bei dem Reisenden selber. Das heißt, wenn wir beispielsweise uns dann direkt vergleichen mit einem herkömmlichen Team C oder dann UBT, dann ist das beispielsweise bei dem Team C so, das heißt, dass das Reisebüro vermittelt letztendlich den Flug und dies wird mit der Kreditkarte bezahlt. Ebenfalls beispielsweise, wenn das Hotel reserviert wird durch die UBT, dann erfolgt die Bezahlung dann offline nach dem Checkout. Sehr, sehr oft in sehr vielen Unternehmer, sehr vielen großen Unternehmen müssen die Mitarbeiter auch selber in Vorkasse gehen. Das heißt, vor allem in der Finanzabteilung entsteht hier ein Sammelsurium an verschiedenen Rechnungslegungen. Das heißt, es gibt Lieferscheine, die muss man abgleichen, die verschiedene Rechnungslegungen, die Gesamtsumme wird dann von der Kreditkarte zur Verfügung gestellt, dann gibt es die verschiedenen Gebühren, die durch einen TMC, durch den OBT einfallen und in dem Fall beispielsweise, wenn auch das Hotel privat vorbezahlt werden wird, dann erfolgt noch ein Rückerstattungsprozess. Das heißt, der Mitarbeiter muss A, in die Vorkasse gehen, das heißt, er muss die richtige Rechnung mitnehmen und er muss diese Rechnung einreichen und auch dementsprechend dann warten, bis er tatsächlich auch dann die richtige Summe auch dann wieder zurückbekommen hat. Und so entstehen dann viele, viele Punkte. bei Travelperk haben wir uns entschieden, diesen Prozess anders zu machen und zwar, was wir machen ist, dass wir alles im Voraus bezahlen. Das heißt, egal um welches Segment es geht, alles, was über unsere Plattform gebucht wird, wird von uns zentral bezahlt, auch ebenfalls alle Hotels werden im Voraus bezahlt. Das heißt, der Mitarbeiter muss sich um nichts kümmern, er geht hin, legt den Schlüssel hin und das war's. Und das Unternehmen bekommt einmal pro Monat oder je nachdem, was wir für eine Vereinbarung haben, bekommt eine einmalige Rechnung mit allen Segmenten und, wie gesagt, verschiedene Rechnungen pro Firma. Aber es ist sehr, sehr clean, sehr einfach, spart sehr viele Prozesskosten und vor allem, der Mitarbeiter muss sich um nichts kümmern und er kann sich um seine Arbeit kümmern und um seinen Termin und was auch immer dann dort zu tun hat. So. Ebenfalls sehr, sehr wichtig und ich entschuldige mich jetzt schon ein bisschen für das Slide. Das ist auch das letzte Prozess-Slide hier. Vor allem, dass man den gesamten Prozess sehr, sehr schlank hält und vor allem digital. Das heißt, dass man den gesamten Reise- und den Buchungsverlauf immer effizient hält und idealerweise einen End-to-End-Prozess baut. Das heißt, es fängt an mit den Stammdaten, die automatisch dann mit abgedatet werden und dann umso wichtiger, dass vor allem wenn Firmen dann verschiedene Reisekosten-Tools, also Expense-Systeme haben oder dann Risk Mobility, dass dementsprechend dann jederzeit die Daten vom Travel-Management-System synchronisiert werden und auch dann spätestens wichtig für die Finanzabteilung, dass es auch dann sauber im ERP und abregte System auch dann hinterlegt ist. So hat man einfach den gesamten Kreislauf dann geschlossen, clean und wieder sehr, sehr wichtig, es ist vor allem für den Reisenden einfach. Das heißt, wenn er seinen Reisekosten-Tool dann aufmacht, dann ist die Reise im Endeffekt schon angelegt, er kann sich die Belege, was ich dann, Taxi, Restaurant, dann im Endeffekt nur noch abscannen und genau und dann wird es dann automatisiert alles weitergeleitet an das Abrechnungssystem und er muss sich wieder um nichts kümmern. Und das ist im Endeffekt die allerhöchste Priorität. Leider ist es so, dass beim Geschäftsreisen nicht immer alles ideal ist. Manchmal ist irgendwas unklar oder es gibt dann Verspätungen, Probleme, man muss dann spontan dann modifizieren, umbuchen. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen persönlichen Ansprechpartner. Wir haben 24-7 Support. Für unsere Kunden in Deutschland haben wir während der Kernzeit auch mittlerweile einen deutschen Kundensupport, vor allem durch drei Wege. Das ist dann Chat letztendlich, vor allem für die Millennials ein sehr, sehr beliebtes Mittel, durch Telefon und im Endeffekt per E-Mail. Wir vergeben auch garantierte Antwortzeiten. Aktuell beim Telefon sind es dann beispielsweise 20 Sekunden, die wir dann garantieren. und das ist auch ein wichtiger Faktor, vor allem für die Zufriedenheit der Reisenden ist, wir bieten auch einen Concierge-Service an. Das heißt, wenn es irgendwelche Sonderanfragen gibt, sagen wir Klassiker, wie Late Checkout oder Ähnliches oder absolut irgendwas Gesondertes, dann haben wir extra ein Team, was sich letztendlich nur um diese Sonderanfragen kümmert. Oder beispielsweise auch dann bei sehr, sehr komplexen Reisen. Manche Reisen will man einfach nicht immer in die OBT mit eingeben, wenn es irgendwelche Multi-Lag Konstellationen ist oder in den nächsten drei Wochen muss man Asien bereisen, dann haben wir genauso ebenfalls wie ein Reisebüro, wir haben dann Experten, die einen beraten und dementsprechend auch das Angebot zur Führung stellen. Das heißt, das Prinzip ist hier wieder ganz klar, es wird alles, was zu Komplikationen führen kann, wieder dann auf Trailport verlagert und der Reisenbild muss ich um die Skorren. Ebenfalls wichtig, dann gehe ich nochmal ganz kurz hier zurück, was wir im Endeffekt immer machen, ist, dass wir alles, was auch an, also der Konzertservice, wenn wir gemacht sind, auch alle Sonderanfragen, die er hat und ebenfalls auch Wünsche, die er hat. Das heißt, beispielsweise, wenn er die OBT beispielsweise einen Service aktuell dann nicht finden kann und beispielsweise bei uns auch einen Transfer buchen kann, dann haben wir in dem Konzertservice ein Transferfeld und dort kann man auch Blacklane letztendlich auch dann buchen. Das heißt, dort ist das, wenn dort auch ein Firmenaccount besteht, etc., dann kann es auch dann direkt über Blacklane bei uns gebucht werden. So, somit die Zusammenfassung. Was wir letztendlich gemacht haben, ist, dass wir die beiden Welten zusammenbringen. Das heißt, einerseits die Vorteile von B2C-Plattformen, das heißt, die hohe Transparenz, das große Inventar, vor allem die Flexibilität und auch vor allem Kostentransparenz, aber gleichzeitig hat man auch alle Vorteile eines B2B-Tools, das heißt, man hat immer Live-Daten, Live-Reportings jeder Art und dann vor allem immer die Kontrolle mit Reiserichtlinien und verschiedenen Mitteln. Genau. Das heißt, dann wären wir erstmal durch und dann würde ich mal an jetzt übergeben. Super. Vielen Dank, Eugen. Ich gehe einmal ganz kurz auf meinen Screen, damit wir sicherstellen können, dass ich die nächsten Slides Ihnen zeigen kann. Ich denke, das ist in Ordnung jetzt. Eugen, du siehst meine Slides? Ja, genau. Wunderbar. Sieht super aus, danke. Nochmal vielen Dank auch an alle, die sich eingewählt haben, auch zwischenzeitlich eingewählt haben. Es werden nämlich mehr Leute, was ganz toll ist. Ich werde maximal 14, 15 Minuten durch unsere Slides durchgehen und danach werden wir noch eine ganz kurze Q&A-Session haben. Ein paar Fragen beantworten, die Fragen können Sie auch jetzt schon stellen, wenn es Fragen gibt, zu Travel Perk, vielleicht auch jetzt schon zu Black Lane oder insgesamt zur Zufriedenheit der Reisenden. Mein Teil wird drei Punkte abdecken. Das ist einmal der Bereich Peace of Mind für Sie und Ihre Reisenden. Der zweite Teil ist die Stärke einer globalen Marke und der dritte ist immer einen Schritt voraus. Und das ist nicht alles gemünzt auf Black Lane. Ich glaube, ganz viele Punkte betreffen auch Travel Perk oder insgesamt die Reiseindustrie und Partner, mit denen Sie schon arbeiten. Primär geht es uns jetzt in den nächsten 14, 15 Minuten, jetzt sind es noch 13, um die drei Punkte, die Zufriedenheit von Reisenden zu verbessern. Das ist einmal eine Übersicht. Was ist Black Lane? Black Lane ist ein Chauffeur und Airport Concierge Service und ich werde nur drei Punkte herausgreifen von dieser überladenen Slide und das ist einmal die weltweite Verfügbarkeit. Das heißt, egal, wo Sie quasi einen Transfer, einen Airport Shuttle, einen Airport Transfer benötigen, ist Black Lane verfügbar. Wir sind ein Berliner Unternehmen, seit acht Jahren am Markt und wir sind preisgekrönt, wir haben viele Auszeichnungen bekommen, auch gerade für den Kundenservice, den wir 24-7 anbieten und was uns auch noch etwas hervorhebt, ist, dass wir als erstes Unternehmen im Mobilitätssektor komplett CO2-neutral sind. Das kann Sie auch unterstützen in Ihrer Sustainability Reporting oder gerade wenn Sie einen großen Fokus drauf legen, mit Anbietern zu arbeiten, den großen Fokus auf den Bereich Nachhaltigkeit setzen. Was bedeutet Peace of Mind? Der erste Punkt ist Peace of Mind für Sie und Ihre Reisenden. Peace of Mind möchte ich ganz kurz erklären. Das ist ein englischer Begriff, der allgegenwärtig ist. Peace of Mind bedeutet eigentlich übersetzt, es ist ein Zustand der mentalen Ruhe oder der Gelassenheit, die Abwesenheit von Sorgen und Ängsten. Und genau das wollen wir oder das sollte ein Reisender oder auch Sie als Einkäufer oder als Verantwortliche für den Reisebereich im Fokus haben. Dass Ihre Mitarbeiter sich auf das Kernthema quasi den Job, den Auftrag, die Vertragsverhandlung konzentrieren können und nicht mit Sorgen und Ängsten sich aufhalten müssen. Im ersten Teil, das ist der nächste Teil, ich gehe noch mal kurz zurück, geht es darum, dass wir auf das Thema Sicherheit eingehen möchten. Sicherheit hat eine ganz große Implikation auf Sorgen und Ängste, aber auch im Gegenteil, wenn Sie sich sicher fühlen, sind Sie wesentlich produktiver. Hier einmal im Zusammenhang, eine Veranschaulichung, wie verhält sich der Bereich der Mobilität in Sachen Unfällen je eine Million gefahrene Meilen. Wir haben es mit Meilen hier aufgezeichnet, weil die Statistik, die Quelle der Daten sind aus New York, das heißt Daten, die öffentlich verfügbar sind und wir haben hier einmal den Vergleich genommen zwischen Ride Hailing, das sind die Uber und Lyfts der Welt, einmal Selbstfahrer, das sind Sie, wenn Sie selbst zum Beispiel einen Mietwagen fahren oder Ihr eigenes Fahrzeug, den Bereich Taxi und den Bereich Chauffeurservice und im speziellen Black Lane. Wenn man sich das anschaut, diesen Vergleich, ist es so, dass der Bereich Ride Hailing quasi die unsicherste Option ist und wir sehen das gerade auch mit Uber in London, da hat die Transport for London, die TfL gesagt, Uber ist nicht mehr fit, den Service in London anzubieten und das rein aus Sicherheitsgründen, weil Uber das nicht quasi bewerkstelligen kann, dort sicherzustellen, dass die Fahrer, die quasi auch in der App stehen, auch diejenigen sind, die den Service anbieten. In diesem Zusammenhang sieht man, gerade auf die Sicherheit bezogen, dass Black Lane hier der sicherste Service ist, noch sicherer als Taxi und wir sind der Meinung und das ist glaube ich auch allgemein eine Meinung, dass die Sicherheit der Reisenden die oberste Priorität haben sollte. Wir haben uns auch in dem Zusammenhang eine Studie von der GBTA angesehen zum Thema Alleinreisende Frauen und die haben wir festgestellt oder die GBTA hat festgestellt, dass zum Beispiel 83% aller Befragten weiblichen Teilnehmer der Umfrage einmal oder mehrmals Vorfälle gehabt haben, bei denen sie sich nicht sicher gefühlt haben. 80% davon gaben an, dass sie Sicherheitsbedenken haben und dass diese sich negativ auf die Produktivität aus, dass sie negativ die Produktivität beeinflusst haben. Und ich möchte daher so einen großen Fokus drauf legen, weil die Anzahl der weiblichen Geschäftsreisenden steigt seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich. Mittlerweile sind schon 47% aller Reisenden auf Geschäftsreise weiblich. Und hier sollte quasi das die Travel Policy, aber auch sie als Travel, also Reiseeinkäufer einen Fokus darauf legen, dass jeder, egal ob Frau, Mann, sich sicher fühlt auf dem Business Trip. Gut, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir die Sichersten im Markt sein? Wie schaffen wir es, dass wir quasi nur mit Anbietern, also mit Partnern arbeiten, die die höchstmögliche Sicherheit bewerkstelligen? Dieses Slide, ich gehe auch nur ganz kurz darauf ein, auch sehr, sehr viel Text hier. Im Endeffekt ist es so, nur 4% aller Partner, mit denen wir arbeiten, die sich bewerben, kommen in unser Netzwerk. Das bedeutet, wir nehmen den Prozess, prüfen wir alle Unterlagen, Lizenzen, ist es wirklich auch jemand, der eine Chauffeur-Lizenz hat? Ist es jemand, der versichert ist? Ist es auch wirklich die Person, mit der wir sprechen? Und im Endeffekt haben wir quasi, wenn wir am Ende des Prozesses sind, nur 4% der Partner, die wirklich dann für Blackline arbeiten dürfen? Und wir stellen sicher, auch kontinuierlich, nachdem jemand mit uns eine Partnerschaft eingeht und den Service vor Ort quasi durchführt, dass wir regelmäßig im Austausch sind und auch dafür sorgen, dass wir unsere Partner regelmäßig trainieren. Ein Teil davon ist zum Beispiel auch ein Sicherheitstraining, also ein Fahrsicherheitstraining, aber auch ein im Englischen nun ein Defensive Driving, also quasi ein defensives Fahrtraining und wir stellen auch sicher, dass Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, auch motiviert sind, die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Der nächste Punkt ist die Stärke einer globalen Marker und ich habe schon angesprochen, Blacklane ist ein Anbieter, der global in über 60 Ländern den Service anbietet, einmal den Airport Concierge Service, aber auch den Chauffeur Service und hier ist es so, wenn Sie sich überlegen, Sie arbeiten zum Beispiel mit Marriott zusammen, der Hotelkette Marriott, wenn Sie einen Firmenvertrag haben, dann wissen Sie, was Sie an Qualität in Mumbai, in New York oder in Rio bekommen. Das Gleiche kann man auch auf Blacklane Münzen, ist so, wenn Sie Ihren Heimatmarkt gut kennen, Ihre eigene Stadt, Berlin, Hamburg, Köln, dann sind Sie sehr vertraut mit dem Heimatmarkt, aber wie ist es, wenn Sie woanders sind, wie ist es, wenn Sie zum Beispiel jetzt auf Geschäftsreise gehen müssen nach New York, dort würde ich mir persönlich auch schwer tun, kann ich mit Taxi fahren, sind die öffentlichen Verkehrsmittel auch eine Option für mich und da ist es so, wenn Sie einen Partner haben, der Ihnen das weltweit anbietet, bringt das wieder Sicherheit und genau das kann Ihnen Blacklane auch bieten. In dem Zusammenhang sehen Sie hier auch einmal auf der linken Seite die Länder, in denen wir präsent sind, wo wir unseren Service anbieten und auf was wir uns fokussieren, ist, dass wir überall weltweit in über 60 Ländern eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen. Wir haben ein Preismodell, das sehr attraktiv ist und sehr wettbewerbsfähig von den Preisen, aber auch so ein All-Inclusive-Preismodell. Das bedeutet, es gibt keine versteckten Kosten. Was Sie sehen, wenn Sie buchen, ist auch das, was Sie im Endeffekt bezahlen werden. Wir haben eine Policy, also einheitliche Bedingungen für den gesamten, für weltweit, also für den globalen Markt. Das heißt, eine Buchungsgarantie und auch die Stornierungsbedingungen sind überall gleich. Das macht es einfacher, wenn Sie das innerhalb Ihrer Organisation quasi an Ihre Mitarbeiter weitergeben. Zudem, der vorletzte Punkt, können Sie quasi über einen Anbieter, der weltweit verfügbar ist, auch Ihre Ausgaben konsolidieren. Sie haben volle Kostentransparenz und das macht es auch für Sie langfristig einfacher, auch dort unter Umständen auch Kosten besser zu verhandeln und auch einen besseren Überblick zu haben. Wo sind Ihre Mitarbeiter und was geben Sie aus? Und dementsprechend, das ist der letzte Punkt, haben Sie keine Google-Suchen. Sie müssen nicht zeitintensiv recherchieren, wo kann ich was nutzen? Jetzt möchte ich gerne noch einmal zurückkommen zur Intro auch von Eugen auf den Punkt, was wirklich stressig ist. Was verursacht Frustration, Stress auf einer Reise? Und das ist tatsächlich, würde ich jetzt einmal frei raus behaupten, es ist nicht die Travel Policy, es ist auch nicht die Reisekostenabrechnung am Ende, es sind eigentlich die kleinen Dinge während der Reise. Und zwar sind das die Flugverspätungen, ist ein leerer Handy-Akku zum Beispiel oder wenn Sie knappe Umsteigzeiten haben, vom einen Flug zum anderen Flug und einfach lange Wartezeiten am Flughafen. Das sind die Dinge persönlich mich sehr stark ärgern, weil man ausgeliefert ist. Man kann die Flugverspätung nicht beeinflussen. Es wäre schön, wenn man eine Fluglinie auswählen könnte und sagen würde, wenn Sie eine Verspätung haben, sollen Sie den Vorhinein uns mitteilen. Passiert nicht. Also lässt es sich kaum vermeiden. Und es ist wichtig, dass der Geschäftsreisende sich auf den Sinn und Zweck der Reise konzentriert und sich nicht an der Logistik oder an den Problemen mit den Problemen herumschlagen muss. Daher möchte ich ganz kurz einmal zeigen, wie wir das bei Blacklane handhaben. Und dieses Slide zeigt ganz kurz, wie das Ideal wäre. Das heißt, ganz oben auf 12 Uhr sehen Sie Ihr Zuhause auf 3 Uhr quasi der Flug von London Heathrow nach New York und im besten Falle nutzen Sie Blacklane als Chauffeurservice und dann auch vor Ort am Flughafen den Airport Concierge Service. Und das ist das Ideal, so kann es sich darstellen. Aber was passiert wirklich? Und das würde ich Ihnen ganz kurz zeigen. Im Endeffekt, das, was ich schon angesprochen habe, sind die lange Warteschlangen am Flughafen. Und in dem Zusammenhang bieten wir einen Service an, das ist der Blacklane Airport Concierge Service, mit dem Sie quasi durch die Flughafen-Security schneller hindurchkommen. Also es kommt jemand zu Ihnen ans Fahrzeug, an Ihr Blacklane und nimmt Sie quasi an der Hand und führt sich durch die Fast-Check-Security. Dasselbe auch, wenn Sie knappe Umsteigzeiten haben. Das bedeutet, dass Sie sich eigentlich keine Sorgen machen müssen. Es ist jemand da, der Sie an die Hand nimmt und durch den Flughafen zum Anschlussflug bringt. Das brauchen Sie wahrscheinlich nicht in Tegel, das brauchen Sie wahrscheinlich auch nicht in Köln, aber stellen Sie sich vor, Sie sind zum ersten Mal in Paris-Charles-de-Gaulle, Sie sind zum ersten Mal in New York, in JFK und müssen einen schnellen Anschlussflug bekommen. Hier ist der Service eigentlich prädestiniert, um Ihre Effizienz auch zu steigern. Dasselbe gilt auch für Wartezeiten bei der Passkontrolle zum Beispiel. Hier ist es so, Sie können nicht voraussehen, wie lange müssen Sie warten am Flughafen. Bei Blacklane ist es so, der Chauffeur erwartet Sie. Das heißt, es sind 60 Minuten, kostenlose Wartezeit und der Chauffeur wird da sein, wenn Sie ihn brauchen. Wir werden in dem Zusammenhang auch mit Ihnen kommunizieren. Sie sind so lange in der Warteschlange und wenn man antizipieren kann, wie lange es dauert, so lange stellen wir sicher, dass der Chauffeur auf Sie wartet. Anders als das Taxi. Beim Taxi warten Sie auf das Taxi, bei Blacklane wartet der Chauffeur, der Fahrer auf Sie. Dasselbe auch, wenn der Flug verspätet ankommt. Und was wir bei Blacklane machen, ich denke mal, das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz relevant ist, wo wir, denke ich, auch mal mit Travelperk einen Supporter haben. Es ist so, ein Flug kommt früher an. Wir wissen anhand Flightracking, dass der Flug früher ankommt. Das bedeutet auch, wir werden dann einen Chauffeur vor Ort auf Sie warten haben, weil er weiß, dass das Flugzeug früher ankommt. Und das Gleiche auch, wenn der Flug sich verspätet. Anhand des Flightracking wissen wir, wenn der Flug sich um 30, 60, 120 Minuten verspätet, dass der Chauffeur erst dann auch vor Ort sein muss, weil Sie erst dann ankommen. Und wahrscheinlich der wenigsten relevante, aber auch ein ärgerlicher Punkt, wenn Sie einen leeren Handyakku haben, bei Blacklane in den Fahrzeugen, haben Sie die Möglichkeit, auch das Smartphone aufzuladen. Ich möchte jetzt einmal noch mal kurz zusammenfassen und ich habe es auch geschafft in circa 14 Minuten, das ist toll. Auf der einen Seite ist es so drei Punkte, die ganz relevant sind und das wäre toll, wenn Sie das aus dem Webinar mitnehmen. Sicherheit ist die Nummer eins Priorität. Sicherheit auf einer Reise schafft auch Zufriedenheit. Der zweite Punkt, ein globaler Partner sorgt dafür, dass Ihre Firma effizienter ist. Es sorgt für Kostenersparnis und auch eine höhere Effizienz auf einem Business Trip. Als dritten Punkt, ein globaler Partner als Schutzengel. Das heißt, wenn Sie mit Blacklane zusammenarbeiten, haben Sie jemanden an Ihrer Seite. Genauso auch wie die Kollegen von Travelperk mit dem 24-7 Service. Das heißt, fokussieren Sie sich auf jemanden, der für Sie da ist und das ist das, was wir tun. Ich hoffe, das war aussagekräftig genug und die Punkte waren hinreichend erklärt. Jetzt gehen wir einmal zu den Q&As, zu den Fragen und hier müssen wir einmal schauen, ob Fragen gestellt wurden. Aber jetzt übergebe ich wieder an Eugen. Vielen Dank, Eugen. Super, ganz vielen Dank. Ja, super Position und tolles Produkt und dass du gerade vorher erwähnt hast, dass die die Reisekosten abbrechen und auch keine Schmerzen bereitet hast, dann liegt es ja wahrscheinlich daran, dass du einen sehr guten Partner hast. Das ist richtig. Das ist wieder ernsthaft. Und zwar, genau, wir haben uns in der Zwischenzeit, weil wir einfach schon ein bisschen weit fortgeschritten sind, es ist doch ein bisschen länger, als wir ursprünglich gedacht haben, bei den Fragen. Wir haben uns mal ein paar Fragen, drei, ja, vielleicht schaffen wir knapp vier Fragen. Jens, vielleicht erst mal kurz an dich, die erste Frage. Wie unterscheidet sich Blacklane von Rite-Hailing-Diensten wie Uber und Lyft? Jetzt war ich gerade auf Mute, jetzt bin ich zurück. Entschuldigung, ich habe es schon komplett erklärt. Nein, Quatsch, es ist so, Uber und Lyft im Bereich der On-Demand-Rite-Hailing-Industrie, es ist so, wir unterscheiden uns in dem Zusammenhang, es ist eine andere Use-Case. Wir sind bei Blacklane weniger innerstädtische Mobilität, vielmehr bei uns spielt es eine größere Rolle, dass wir Services anbieten in eine Stadt hinein oder wieder heraus. Ganz starken Fokus auf Flughafentransfers, das bedeutet 60, 70 Prozent aller unserer Fahrten sind Flughafentransfers und wenn man überlegt, Blacklane als Anbieter von einer hohen Qualität, man kann die Qualität erst quasi genießen, wenn man länger im Fahrzeug ist und bei uns ist es durchschnittlich so, dass die Passagiere, die Gäste, die wir transportieren, circa 60 Minuten im Fahrzeug sind. Also unsere durchschnittliche Distanz, die zurückgelegt wird, circa 35, 40 Kilometer. Das heißt, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Uber und Lyft, kurze Strecken innerstädtisch versus Blacklane, längere Strecken, wo man auch den Service, die Qualität des Chauffeurs quasi in Erfahrung bringen kann. Deswegen ist es so, bei uns sind die Fahrer Chauffeure und keine Fahrer. Es ist ein ganz großer Unterschied und das ist wirklich weltweit so. Das heißt, wir können das in 60 Ländern garantieren, dass wir eine Servicequalität haben und das unterscheidet uns ziemlich stark von Uber und Lyft. Perfekt, super. Ja, sorry für den kleinen Sound-Zwischenfall. Hier ist irgendwie eine Box losgegangen, aus welchem Grund auch immer. Genau, vielleicht noch eine Frage an dich, weil das thematisch auch gut dazu passt. Sie haben uns heute erklärt, wie Sie Ihre Chauffeur-Partner schon vor der Zusammenarbeit stark selektieren. Wie stellen Sie denn im weiteren Verlauf die Qualität sicher? Genau, also ein wichtiger Teil der Präsentation war tatsächlich das Wetting in dem Zusammenhang. Das heißt, wie wir die Chauffeure, die Partner prüfen. Nach der Prüfung, wenn jemand bei uns aufgenommen wird und er darf quasi für Blacklane den Service ausführen, sind wir weiterhin in engen Austausch mit den Partnern. Das bedeutet, wir sind häufig vor Ort. Wir haben Mitarbeiter in den Ländern, wo wir regelmäßig in Austausch sind mit den Partnern und auch besprechen, was man besser machen kann. Zudem sind alle 400 Blacklane-Mitarbeiter quasi auch Qualitätstester. Das bedeutet, wir machen ein Mystery Shopping. Wir sind regelmäßig unterwegs und die Kollegen und die Kollegen sorgen dafür undercover, dass wir quasi prüfen, wie qualitativ hochwertig ist der Service und geben dazu Feedback. Und ich glaube, das Allerwichtigste insgesamt in dem Bereich ist das Kundenfeedback. Das heißt, wir wissen natürlich von Feedback, wenn uns ein Gast, ein Passagier Feedback gibt, wie die Qualität des Fahrzeugs war. Im besten Falle war das eine Fünf-Sterne-Fahrt und das Kundenfeedback hilft uns auch, das sicherzustellen. Und ich glaube, ganz kurz last but not least, es ist so, gerade Chauffeure, mit denen wir arbeiten, die konsistent hohe Qualität abliefern, die werden von uns inzentiviert. Das heißt, wir haben ein Bonusmodell, das quasi ausgelegt ist dafür, die Besten, der Besten quasi auch finanziell zu inzentivieren, weil der finanzielle Grad ist jetzt da nicht zu vernachlässigen. Das ist der Punkt, wie wir sicherstellen, dass es konsistent qualitativ hochwertig ist über eine Lifetime hinweg. Super, danke für die Antwort. Genau, ich habe jetzt für Travelperk noch kurz zwei Fragen rausgesucht. Bevor wir allerdings das Webinar nachschließen, wollte ich ganz kurz schon mal hinweisen. Und zwar, nach der Präsentation, beziehungsweise bevor wir schließen, gibt es noch ganz kleine Umfrage. Deswegen würde ich die Teilnehmer auch bitten, diese kurz auszufüllen. Das unterbricht nur ein, zwei Klicks. Genau, da schon mal kurz die Warnung. Genau, dann noch kurz zwei Fragen zu Travelperk. Ist das mobile Produkt ein vollwertiges Produkt? Sind Stornos und Modifikationen möglich? Genau, also bei uns war es wichtig, weil vor allem mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir vor allem sehr, sehr viele auch dann junge Reisenden, auch viele Millennials und die dementsprechend nativ auch mit dem mobilen Produkt aufgewachsen sind. Deswegen wurde auch das mobile Produkt bei uns ebenfalls organisch mit der Hauptplattform mit aufgebaut. Das heißt, wir haben ganz klassisch quasi auf den großen Plattformen eine Mobile-App, haben ebenfalls eine mobile Webseite und, um auf die Frage dann zurückzukommen, ist der Reisende kann letztendlich dann alles, was auf der Desktop-Version machen kann, kann er ebenfalls auch dann mobil lösen. Das heißt, er kann auch ebenfalls Stornos, Modifikationen und natürlich dann umso wichtiger, er kann auch über die Mobile-App jederzeit beispielsweise per Chat, was ich persönlich immer sehr gerne mache, auch mit dem Grundsupport in Kontakt treten. Last but not least, letzte Frage. Okay, dann, ja, ich versuche, vielen Dank nochmal für die Fragen, da sind jetzt einige reingekommen. Ich versuche einfach mal die Frage zu nehmen, die mit unserem Kernthema, also vor allem mit der Reisenden Zufriedenheit passt und zwar, da scheint jemand die Pressemeldung von Trailberg von letzter Woche gelesen zu haben und zwar fragt jemand, was ist Flexi-Perk, wie funktioniert das? Ich hätte das eigentlich auch in meine Slides mit reinnehmen können und zwar Flexi-Perk ist ein Produkt, was sich darauf stark fokussiert, vor allem den Reisenden eine sehr, sehr hohe Flexibilität zu geben. Das heißt, der Reisende kann mit diesem Produkt alle möglichen Tarife buchen, das heißt beispielsweise, er kann, weiß ich, den Eko-Tarif buchen, einen ganz einfachen Tarif, kann diesen aber trotzdem jederzeit flexibel stornieren und das Unternehmen bekommt immer 90% des Gesamtpreises zurück. Das heißt, wieder sozusagen zu unserem Kernthema, der Reisende muss jetzt nicht großartig irgendwie darauf warten und sich nämlich beschäftigen, welche Stornumbedingungen habe ich, ich darf, ich lohne es sich nicht, etc., sondern er konzentriert sich auf seine Arbeit und kann dementsprechend auch dann flexibel stornieren. Das heißt, wir haben auch dann die Möglichkeit, entweder dann dieses Produkt für das gesamte Unternehmen anzubieten, der Kostenfaktor ist aber dann auch Schlag, durchschnittlich für das gesamte Unternehmen sind es dann 10% quasi auf jede Buchung und dann machen wir alle Tarifklassen dann flexibel, sprich dann auch dann stornierbar oder man nimmt sich einfach eine Gruppe, eine definierte Gruppe, es sind viele Reisende, Vertriebler, Berater, Executive Level könnte eine Gruppe sein beispielsweise und nur diese haben letztendlich dann die Möglichkeit, Flexible Worker zu benutzen, sprich flexibel zu sein und vor allem auf die hohen Kosten der Flexitarife auch dann dementsprechend dann zu verzichten. Aber das, wie gesagt, das trägt ebenfalls zur Flexibilität, zur Zufriedenheit bei und der Mitarbeiter kann sich vor allem auf die, auf seine Kernthemen fokussieren, was noch ein Thema war. Super, dann sind wir auch dann fast schon über eine Stunde. In diesem Wege bedanke ich mich nochmal an alle Teilnehmer. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten, wie wir mit diesem sehr, sehr wichtigen Thema umgehen mit unseren Ansätzen. Hier ist auch dann schon im Endeffekt dann die Umfrage. Sie sehen auch hier die E-Mail-Adressen. Das heißt, wenn Sie dann weitere Fragen wollen, meine Informationen haben wollen, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. Wir haben am Anfang gesagt, das Webinar wurde aufgenommen. Das heißt, Sie können sich jederzeit nochmal anschauen oder weiterleiten und genau alles Weitere auch dann gerne per E-Mail. Eugen, ich würde noch gerne eine Sache anmerken. Sehr gerne. Ja, wir haben noch ein paar mehr Fragen. Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen im Nachgang dann mit den Personen, die die Fragen gestellt haben, einmal beantworten. Ich glaube, das sind ganz relevante Fragen, aber aufgrund der Zeit würden wir das heute beenden. Aber vielen Dank auch für deine Moderation. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Ich freue mich auf den Dialog mit euch, mit Trevor Perk, aber auch den Dialog mit den Teilnehmern des Webinars. Vielen Dank aus Berlin. Super, perfekt. Dankeschön.